ja immer so f abb Анд herzlich willkommen drück im Tioni Ja, das war's eigentlich schon, da hab ich auch gar nichts zu sagen, das war's mit dem Let's Play, ähm, tschau. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also Jan, deine Ansage war nicht besser. Doch, was besser. Deine ist am schlechtesten. Nein, nein, Goro! Hey, ich hab ne Kamera, was soll ich damit machen? Man hört's nur irgendwo. Nein! Alter! Ey Leute, kann mir einer mal ne Discomp irgendwie unter meine Füße werfen? Ach. Genass. Mach mal die Tür auf, bitte. Oder mit nem Prop aushelfen oder so. Danke. Ja, was gibt's da? Ja, was gibt's da? Ja, einfach ne Discomp irgendwie. Oh, das war knapp. Ich kann nix machen, ich komm hier nicht raus. Oh, Alter, Mann. Okay. Oh, jetzt komm ich hier raus. Nein! Ich hab Schaden gekriegt von diesem Torrent. Ich bin da schon in der Ausgleichung. Ah, X-Rex, okay. Wir können hier reinfallen. Es würde immer noch, ne? Okay. I'm still alive. I'm still alive, ja. Still alive, ja. Leute, was? Da kamen Schüsse von den Tag. Hey, wer war das? Lass das mal so. Ich höre tote Menschen. Ich nicht. Ich nicht. Oh, okay. Hast du? Kannst du was zu sehr? Oh! Ich bin rausgeflogen. Irgendwie. Ich bin aber noch. Ja. Gar nicht. Ah, da ist schon... Tatsächlich die Halle. Hallo. Ich seh euch. Ich mach mal alles kaputt und werfen den Disco. Das Ding ich irgendwie wieder schließen. Achtung, Achtung. Was zum Teufel. Loll. Wichtig. Darf man denn jetzt doch reden? Nein. Äh. Ich bin tot. Ach, scheiße. Hier ist mir nicht tot. Ja, ich nicht. Ja, warum? Wer ist denn jetzt? Hulting, du hörst das? Oh, die Scheiße. Nochmal kurz, ne? Du weißt, dass wir aufnehmen und dann geknistert. Das hört man dann auch. Woah, wow, ok, ok. Gut. Ok. Ne, wie denn? Geht damit. Hilfe! Mach three! Ha, ha, ha. Ernsthaft, ernsthaft. Jawoll! Oder das sche suflена. die Kacktextür wie einfach nur jeder durch diese Tür gestorben Tim, du hinterhältiges, kleines Ich den Guckoo bei meinem Flügel mitgeholt habe Wuuuh Ich wollte mich sparen Quatsch Ich wollte Guckoo bei beschissene Kiste, die wir einfach mitten in der Luft hängen Ich wollte Guckoo bei einfach die Hand so reichen so voll eben, so naaaain hat er mich hinterher geflogen und gestorben Check das nicht Wir sind alle durch die Tür durch Jetzt verpisst euch mit eurem Disco Wer hat da was vergangs? Wer ist dabei? Wer ist da? Ja hallo Maeve is here, hallo Hallo Maeve Ja ok, was macht die hier alle Ui Deine Brett wieder Ich hab ein Klo gefunden Katzenklo Katzenklo Wow, ganz ruhig Aufsache alle reden wieder durcheinander Das ist echt so Wo ist die Dose? Ümit, wie hattest du denn diese Kamera? Was hast du gemacht? Kamera gekauft Kauft? Ganz ruhig Drück mal 10 Ja ja, ich hab schon Ich will die Melone Warum ist hier eine Melone? Einmal in Ruhe krisen Einmal in Ruhe krisen Das reicht chancen Einfach eine Melone Ich fütter dich Was? Hallo? Hallo? Ochok, jetzt gehts bitter Alter Komm jetzt geh uns weg damit Ich komm dir nicht raus! Ich hab genug gegessen Ich hab genug gegessen Ugh, away Weck Wirábbrauch Zum einen wir haben hier das ist gefährlich ich trinke kein Wasser wobei Hallo das ist mein Name? Wo bohrst du die MG? Ich will die MG haben, gib mir eine MG ich trinke nur Bier oder wo gibt es hier irgendwas anderes oh ja lecker Bier, shit Bist du ein Shitkröte? Nein, das ist ein Shitkröte Shitkröte für dich, das ist irgendwie ne geilere Waffe, das ist doch ein MG Naja, hab ich auch gefunden, aber jetzt will ich doch was anderes haben Wer ist hier? X-Ray, okay X-Ray Da oben Der nächste, der jetzt im Wild rennt Ja? Ey, Murko hat jemand getötet Hä? Murko hat jemand getötet mit nem Prop Was glauberst du? Das wird ihm sehr ähnlich sehen Boah, hau mal ab jetzt hier Da steht der Wild Hä, wer ist hier, wer ist hier? Ich bin der sozialste Typ hier, ihr könnt mich gerne über linksen oder so Das hier Ja, wo bist du denn? Ich schieße dir in den Kopf Nein, das ist ja kein über links Das bin ich ja jetzt hier nicht so Wo bist du denn? Hier, gerade der Detektiv kann doch irgendwie linksen hier Pass auf, ich nehme auch Crossbow oder warte Ich kann ja auch in die Fresse einfach schießen, ne? Hey, mit welcher Waffe Warte, du bleibst jetzt hier stehen Mit welcher Waffe wurde er getötet? Seid mal ruhig Du bleibst jetzt hier stehen Er wurde getötet von einem Alter Löscher Du mach jetzt ne Abstimmung Wer ist dafür, dass er stirbt? Ich? Einer Okay? Ich weiß nicht mal wer Ich weiß nicht mal wer du meinst Sag einfach ja Werde Mirko Äh, ja Mirko Soll er sterben? Ja, komm kill ihn Pudding Sag doch ihr müsst alle Der mit welcher Waffe Was zum Teufel? Komm Kondi Komm Kondi Jawoll Das ist jetzt mal schlecht Jawoll Das ist weiterlaufen Episch Episch Kondi ist doch hier wegen dem Verdacht Weil ich hab mich als letztes gesinnt Und ich weiß nicht wie die Detektivkamera funktioniert Man kann zwar Kameras aufstellen Aber wie die angehen weiß ich nicht Ja Muss ich nach einer mal gucken Joooo Joooo So habt ihr jetzt alle Waffe weggeräubert? Kann ich jetzt auch anfangen? Ja Ja Ich würd schnell machen, weil dein Körper ist rot Alter Tausend Discomp Alter Raus hier los Raus hier Tausend Klone Ey Ey tausend Okay 3,2,1 Oh Gott Soviel Klone Wir übernehmen die Welt Air Force One Vor den Schieß Air Force One Die machen die Fälle nicht bei euch hin da haben direkt der Tod So ich brauch noch ne richtige Waffe Ich brauch nur die große Alter 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 Warum ist hier Blut? Warum ist hier Blut? Und wieso? Warum liegt hier Stroh? Warum liegt hier Stroh? Warum liegt hier Stroh? Aber das ist gar nicht richtig Alter Keine Ahnung So So Ich verpüß mich wieder Hier ist eine Flasche No No Nein Spaß Wo bist du? Ich wünsche euch viel Spaß noch Zeitung mehr Loos Kleine Zeitung Text Text No 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 Hey Hey, Koro, erst mal was für die China-Box. Hey, wer schießt hier? Don, Don, kann man mit dieser China-Box jemanden umbringen? Hallo Don, Conny. Tore, ich schaff das. Don, Don. Let's play key station. Wohlzeit, Wohlzeit. Boah, also du musst nicht unbedingt jetzt im Let's Play sehr präsent sein. Das heißt nicht, dass du jetzt die ganze Zeit labern sollst. Hört ihr die funky Musik? Ja, geil. Ne. Wohlzeit, Wohlzeit. Das kann Leute umbringen, ne? Das finde ich nicht gut. Boah, also der Nahrung. Okay, ich gehe auf die andere Toilette. Ja. Jetzt gehe ich da rein. Morning. Alter, hier hat nur die Traitor-Fälle aufgemacht. Morning, das ist ein Hörschen-Box mit der Blume. Blume. Äh. Will die Blume abschießen? Nein. Wer hat eine Pappland? Ah, richtig geschossen, okay. Ich habe wahrscheinlich geschossen. Sehr schluss. Warum, was ist damit? Ich habe leider gehalten. Wo ist die Blume? Ah. Nora hat eine Pumpgun. Ja, das ist korrekt. Ich habe eine Pumpgun. Aber wie die Hälfte der Leute hier. Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt nicht so. Ja. Ja, das sagst du, Jan, ne? Ich glaube, eine Leiche ist irgendwo eine Leiche. Oh, Leute, kommt echt klar auf diese Scheiß-Props mal. Das sagst du. Hm, er wurde mit einer Shotgun getötet. Pudding, Pudding. Du standest aber auch im Raum und du hast nicht mal irgendwie ein Zeichen. Ich habe mich nicht gesehen. Ich bin mit X-Race in einem Fall. Du hast es nicht so. Du bist so. Ich bin so. Ja, genau. Don, man sieht. Man sieht deine Waffe übrigens. Das ist immer meine Waffe. Die Lady steht da drauf. Was willst du denn tun? Ah, ja. Oh, ein Feuerlöscher. Damit kann man heiße Gelände löschen. Brennen. Ja. Feuer. Ja. So war es auch schon. Warum sind hier Leichen? Wo? Ich weiß nicht. Warum habt ihr Pudding? Hä? Pudding ist tot und... Alter. Tore ist es. Tore ist es. Oh. Tore. Ich habe ihn jetzt umgebracht, weil alle was gesagt haben, dass es Tore ist. Was? Sehst du da noch? Ah, guck mal. Tore war das nämlich. Bayern, dort wird blödöl. Wirklich? Hier ist gerade schütt... Ah, Gott! Das Geräusch. He was a traitor! Äh! Aha. Aha. Was sind denn alle? Ja, die Frage des Lebens. Ja, und die Antwort ist wahrscheinlich 42. Wahrscheinlich. Mal schön einen ablassen. Ja. Was zum Teufel? Er klettert an einen Abseilen und so und so. Das ist eigentlich gerade so witzig. Ich weiß es nicht. Was ist das gerade? Okay. Hä? Was gehe ich gerade ab? Warum lacht ihr alle? Ich weiß, ich darf nicht reden, aber hört bitte auf, Props zu sein, Leute. Und die übergeben zu nerven. Lach die ganze Zeit so. Dann stellt mich zum Hessen stumm, Alter. Wie dämlich ist das denn? Hallo, hallo! Du! Du bin... Ja! Gut! Äh, zwei Traitor noch? Äh, äh, äh. Ja, natürlich. Es gab nur, Alter. Ich dachte, hä, warte mal. Nee, es gab nur drei. Es ist sehr, sehr gut gemacht, aber du, du hast, du, Fiesen, du hast auch echt niemanden oben umgebracht, so gefühlt, ne? Äh, doch. Eigentlich. Ich hab fast alle. Wie viele Traitor gibt's jetzt? Alle oder zwei? Zwei, zwei. Drei? Drei Traitor? Drei. Ah, zwei. Zwei, ich wollte gerade sagen. Drei Stück. Drei Traitor. Es gibt drei Traitor. Eigentlich gibt's sechs. Eigentlich gibt's sechs. Eigentlich gibt es drölf. Einen gibt's neun, ne? Dörf. Es gibt Dörfstück. Bei dem Traitor haben wir acht Leuten, denen man nicht vertrauen sollte. Genau. Das ist das erste Mal, dass ich den Shotguard hab, ey. Das ist echt scheiße. Echt scheiße. Das ist echt scheiße. Tati auch gerade. Ich hab's mir ruhig gegeben, hab ich kein Problem mit. Ja, aber, ey. Oh, sehr gut. Das ist feier. Du! Ja, scheiße, verdammtes Essen. Ey, was soll das? Du verdammter Mixer. Werf dir auch immer Granaten rein, ne? Verdammter Mixer, ey. Verdammter Mixer. Oh man, das kommt zu mir. Unlossant. Bleib vor mir. Bleib vor mir weg. Bleib vor mir weg. Bleib vor mir weg. Alter. Und ich werf meine Flasche. Ich werf meine Flasche. Ich werf meine Flasche. Ich glaub du bist Traitor. Ne, will ich nicht. Ich werf meine Orange. Ja, ich bin sicherlich kein Traitor. Warum? Das würde nur ein Traitor sein. Verdammter Scheiße. Das Telefon hat geklingelt. Warte, warte, warte. Wo denn? Wo bist du denn? Ja, ich bin immer noch oben bei den Waffen. Okay. Guten Abend, Mr. Pudding. Guten Tag. Ich hab gehört, sie seien sehr schmackenhaft. Ich muss aufs Telefon. Geht mal weg. Ne, das ist für Dantrani. 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 Da ist gar keiner dran. Das ist eine Schildkröte. Das ist eine Schildkröte. Und du Penner, ey. Du bist so ein Penner. Du bist so ein Penner. Ich sag grad doch. Das Traitor-Ding aufgemacht, ne? Schildkröte. Wir werden noch weiter, Leute, hinterherlaufen. Dr. Mate, viel Smoke. Oh, ne. Was sollte dies? Das ist inakzeptabel für das deutsche Smokemanagement. Das ist aber nicht so geil für meinen Assen. Boah, das deutsche Fall. Das ist aber nicht so geil für meinen Assen. Mal mit dem Smokemanagement. Mal mit dem Smokemanagement. Kinder, Kinder. Wie dreist man hier einfach. Was, Borat zusammenbauen? Da gibt's doch so ein Borat. Borat. Bitte lass mich hier raus bevor jemand will. Ich die. Oh. Die ganze Zeit so ne Scheiße. Oh. Dies is my c-stish. She is the very prostitute in Kärle. Ich will auch gerne rüber. Oh Scheiße. Was geht ja? Das funktioniert mal PC nur. Hahaha. Das hat so behindert. Hahaha. Scheiße. Ohne Spaß, ne. Die sind jetzt hier, ne. Dies is nicht nett. Überall. Ja. In der Tat. 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 Ab morgen jeden Morgen. Odeck. Machst du das? Du bist ja nicht so aus, ne. Alter. Ja, dann mach auf. Maro? Ja, hallo. Ich bin innocent. Alter. Was war das? Was machst du? Du hast das gesehen. Lass mich. Aber der wird taser dann hier schon wieder. Ja, mach mal so ein Tyrell von so nem Disney. Hey. Halt auf mich zu tasern. Mach dir meinen, mach dir meinen Youtube-Account. Äh, ich geh, ich geh meinen Harry Potter-Keller. Mach eine Pisse. Ja, wenn da gerade jemand sterben hören. Goro bei. Goro bei. Goro bei. Alter. Was? Doping für die Haare. In der Tat. Nein, bitte nicht, Alter. Mach das aus. Ich möchte einfach verkaufen. Hier ist mein Kopf drin. Alfa. Wenn ich dir jetzt glaube ich ihn ausbringe, machst du's dann? Ja? Das wär aber random kill. Hier ist ne leichter. Ich bin's nicht gewesen und dich dankbar nicht beweisen. Ich würde dich nicht beweisen. In der Tat. Oh Gott. Oh, ich bin jetzt weiter stresst. Also Scheiße. In der Tat. Scheiße. Okay, mach das auch. In der Tat. Alter, Pudding, ey. Komm mal weg hier. Ich hab die Feuergranate geworfen. Hallo. Wer hat das gemacht? Nee, ich hab die Feuergranate geworfen. Wieso hast du das nicht geworfen? Wir hindern. Ich hab's in der Hand. Willst du hier raus? Kannst du doch nicht einfach so machen. Oh, nee. Nee, warte. Hier vorne ist einer. Ich hab Angst, dass der ist. Ich bin da. Also jetzt sind wir ja terrorist. Warum terrorisieren wir nicht? Und dann kannst du raus? Ja, jetzt ist ich gerade sehr verdächtig nach einer Diegel. Ja, ich war auch eine Diegel. Hier, hier ist ein Diegel. Äh. Ich hab geschossen. Warte. Warte. Wollen wir doch mal... Aua. Hast du eine Discombo? Hallo. Oh, oh. Alter. Ihr habt mich gerade voll erstreckt. Alter. 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 Ja, der war jetzt drin. Ah scheiße. Alter. 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 das denn abgelaufen ist bei mir drin gewesen, Darwigs. Hättest du uns denn beide umgenietet? In der Tat. Wird es dann die Ausnahme zu beenden? Und eine Null. Ja, ich freue mich. Halt doch. Oh mein Gott. Ja, macht weiter. Ist doch noch schon, aber schützt dich auch nicht umgekehrt, ne? In der Tat. Behinderd, Alter. So schlecht, ne? In der Tat. 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 Oh ne. In der Tat. Warten wir mal. In der Tat. In der Tat. Unsere Forschung geht jetzt schon seit 10 Jahren. Für unser Aktischuppe und Shampoo. Für alte Leute mit Chaos-Fan. Töping für die Haare. Töping für die Haare. Töping für die Haare. Oh, kein Spap. Das find ich wirklich scheiße. Ich muss aber auch nachkommen. Wir haben wieder die Map, Alter. Warum kommen nur dieselben Maps hier? Oh! Oh! Was zum Teufel? Ja, ich bin dann auch erst mal raus, ne? Jo, auch wiedersehen. Good night. Und wenn du zuerst fragen kannst du nicht sagen, wie auch einer. Aber kannst du nicht sagen, wie auch einer. Wie auch alle sagen. Nee, krass. Die sind halt der Ferrische. Okay, okay. Ach, ich hab gesehen, dass du Traitor bist. Ja? Ich hab gesehen, dass du Traitor bist. Sie sind halt der Ferrische. Eine Stephanie. Ich hab gesehen. Ich hab gesehen.